Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Ja, beim letzten Mal haben wir hier den Ansturm auf Miseras Festungen begonnen. Heute wollen wir Miseras in den Hintern treten und damit eventuell die Story heute abschließen. Ich würde mal sagen, let's go! Okay. Jo. Ich habe mich vorher mit Heilung vollgestopft. Das war so ein Anzeichen für letzter Kampf. Kein zurück. Ich lag richtig. Wir werden jetzt den Finalkampf führen. Ich musste ihren Sternenarm vernichten. Oh, ich glaube, diesmal kämpft unser ganzes Team. Kann das sein? Wir werden in der Finsterzeit Miseras. Auch wenn wir auf drei Schlachtfelder aufgeteilt sind, können wir nur gewinnen, wenn wir zusammenarbeiten. Okay. Miseras selbst ist zu weit weg, aber ihre Sternenarme nicht. Konzentriert euch auf sie und natürlich darauf nicht getroffen zu werden. Miseras wird bestimmt mit ihrem Arm angreifen, indem sie damit einen Helden anvisiert und ihn kurz darauf auf ihn heruntersausen lässt. Okay. Das nutzen wir zu unserem Vorteil. Seht ihr diese Trampoline? Wenn ein Held auf eins davon springt, bricht ein gezackter Stachel aus dem Boden hinauf. Klingt gut. Der Held, der auf ein Trampolin springen will, nicht in Reichweite des Arms gerät. Sonst wird er gewirkt. Okay. Aber vom Prinzip her müssen alle hier kämpfen. Okay, dann muss ich jedem einmal gerade passende Sparks zuteilen. So, Leute. Ich habe jeden Sparks zugeteilt. Alle sind mit vollem Leben hier. Und ich habe auch noch gerade geguckt, dass ich alle Punkte verteile. Also wir sollten vorbereitet sein. Okay. Einfach hier drauf springen, ne? Okay, funktioniert so nicht. Ey, ich kann dich doch easy peasy locker mit dem Regen erwischen, oder nicht? Okay. Ich bleibe mal hier stehen. Vielleicht schlägt die dann da drauf. So, die wollen wir loswerden. Okay, wir sind die Companions von ihr auf jeden Fall instant losgeworden. Machen wir eine Team-Barriere. Das zählt als bewegen. Okay. Ich habe jetzt auf jeden Fall verstanden, wie ich die Dinger nutzen muss. Ich muss mit einem das aktivieren und mit dem, auf den die Hand zielt. Mit dem muss ich da drunter dann stehen. Also ich aktiviere das jetzt zum Beispiel mit Luigi. Und auf den die Hand zielt, da mache ich das, der dann da drunter steht. Das wäre in dem Fall jetzt Revit Luigi. Wie bedrohlich die Musik hier ist. So, ich aktiviere dann mal hier einen Sniper. So, hau da drauf. Zum Glück sind alle abgeschwächt. Genau, hau da drauf. Ich habe diesen Kristall jetzt verstanden. So, auf Bausatz jedes, da muss ich den Knopf drücken. So, Zeit für ein paar Schockfällen. Verzieh dich. So. Okay, die Robo-Coopers gehen nicht auf die Hand. Naja, nicht gerade. Aber wenn einer von denen näher kommen will, dann kriegt er was ab. So, Friss. Schau, dass das nicht als Bewegung zählt. Der wollte sterben. Aua. Boah, das tut doch weh. Danke. Die Hand ist fast kaputt. So. Die gebe ich einem mit. Auf die Hand. So, dann lass mir es doch mal Feuer regnen. Das hat gerade eben schon gut funktioniert. Auch wenn die Hand irgendwie eine ganz komische Hitbox hat. Eventuell geht die eine Hand jetzt kaputt. Die Reaktionsladungsfähigkeit von Mario ist echt krass. Wenn er irgendwie mit der Helden sich kaputt macht, dann kann er nochmal damit ballern. Mega praktisch. So, haut zu. Ja. Die eine Hand ist kaputt. Und unser Scharfschützer hat die andere Hand kaputt gemacht. Wollte schon sagen, das war es noch nicht. Und jetzt muss ich Misera einen auf den Dötz geben. Und zwar mit allen zusammen. Wahrscheinlich das selbe Prinzip. Sie wechselt wahrscheinlich jede Runde die Arena, wo sie kämpfen will. Die Kraft, die er erzeugt, kann kaum berechnet werden. Er wird bestimmt von den Sparks mit Energie versorgt, die Misera gefangen und ausgesagt hat. Böses Misera. Okay, wir vernichten den Stern. In der Hoffnung, Rosalina auch so zu befreien. So, ich mach euch beide da einfach mal träge. Euch drei sogar. So, nur auf die da. Und dann vernichten wir dich. Ich hab ne Barriere. Haha. Ich lass richtig, die wechselt die Arena. Oder eher. Unser Kumpel sagte, das ist ein R. Ich muss sowieso erst mal nach vorne kommen. Das ist ein interessanter Kampf, muss man sagen. So, ich bin gewappnet. Hau ruhig drauf. Hab eh die Fähigkeit, dass kein Schaden passiert. Der schadet nur sich selbst. Vor allem, wenn ihr Schiss effektieren, kriegen sie den Schaden alle selbst. Aus, ähm, so Misera hat jetzt keiner Schaden gemacht von mir. So, ab oben, Sal. Einer geht sogar noch ein bisschen nach vorne. So. Denk mit den Scharfschützen. Schlaust den Scheidungen aller Zeiten. Einfach auf die Bombe springen, die dann instant explodiert. Hätte ihnen eventuell auch den Schild gönnen sollen. Misera trifft immer. Okay. Ich hab mir jetzt auch gar nicht angeguckt, was die Fähigkeiten von Misera sind, ne? Also hier über diese Sicht hier. Ja, der Spiralstrahl. Ja. Mehr Fähigkeiten offenbar nicht drin. Wunder mit euch. So, Feuer, Himmels, Regen. Hat ein bisschen Schaden gemacht. So, der bewegt sich jetzt und es stirbt daran. Hoffentlich. Ne, will sich nicht bewegen. So, hier ist das Problem, dass alle eingeeist sind. Der Scharfschütze, der kümmert sich um die kleineren Gegner. Oh mein, der Sniper, den ich da beschwöre, nicht auch noch diese Fähigkeit. Die mich sonst immer so nervt. Warum kann er nicht eine Sicht haben? Oh, Mario, natürlich. Miseras Vorteil scheint zu sein, dass er verdammt viel Leben hat. So, Claudius, Attacke. So, weg mit eurer Deckung. Will die Scharfschützen auf jeden Fall loswerden. Die machen neben Misera auch nochmal richtig viel Damage. Komm, fliegt runter. Und nochmal unten. Das Gute ist, der Claudius fängt gerade die Schüsse ab. Autschen. So, treten, weg. Jetzt kann ich mich darauf konzentrieren, Misera zu verprügeln. Und wie immer fliegt er mehr als die Hälfte daneben. Peng in dein Gesicht. Ich glaube langsam, Misera greift immer den an, der am nächsten dran steht. Das kann ich natürlich zu meinem Vorteil nutzen. Mal gucken, ob meine Theorie stimmt. Wenn ja, müsste Misera jetzt Mario angreifen. So, Nervensäge. Ja, greift immer den an, der am nächsten dran steht. Das werde ich so hart ausnutzen. Als ob Rabbit Mario zu unfähig ist, Misera zu treffen. Okay, dann würde ich sagen, kümmert sich Rabbit Mario um die Kameraden, die von da hinten kommen. Misera ist fast down. Ich mache hier die Blockaden weg. Eventuell kann Mario dann angreifen. Aber Misera müsste gleich down sein. Au-schin. Weh, äh, Mario ist deswegen jetzt am nächsten dran. Ach, komm. So ein schlechter Witz. Habunsaal. Oh, hat sogar besser funktioniert, als ich erhofft habe. So, kann Claudius hier ihn angreifen? Die gute Misera. Ah, er kann zumindest die Treffer abfangen. Ist auch von Nutzen. Wir haben es gleich geschafft. Gleich ist es das Mistding down. Oh. Das ist so ein gutes Wissen. Dass man weiß, ja, es greift immer zuerst den am vordersten Front an. Der nächste Treffer. Leute. Sayonara. Freedom. Ja, Rosalina ist gerettet. Achtung, hinter dir. Um Gottes Willen. Noch einmal. Na gut, jetzt hilft uns wahrscheinlich Rosalina. Miseras Fingen befreit. Wir haben Miseras wieder einmal aus dem Konzept gebracht. Ich spüre ihren Hass auf uns. Noch nie war er so schonungslos und intensiv. Ich glaube, ich habe Angst, Mipo. Nicht nur um mich, sondern um uns alle. Wir haben auch Angst, Jimmy. Das ist eine ganz natürliche Emotion. Versuche dich auf unsere Aufgabe zu konzentrieren. Ja, natürlich. Diese Projektion, dort, behaltet sie im Auge. Okay. Ich vermute, sie hat sie erschaffen, um die gesamte Energie unserer Waffen zu nutzen und die Kraft ihres Zauberstabs zu verstärken. Also immer schön da drauf schießen. Können wir vielleicht Miseras Verteidigung lahmlegen und sie direkt angreifen. Ich mache einfach mal lethargisch hier drumherum. Dann helfen mir Rosalina. Dann helfen mir Rosalina. So, 35% hat Rosalina jetzt schon mal. Toll. Ja, diesmal offenbar nicht der, der am nächsten dran steht. So, in dich prügelig Zügelus rein. Der Schöne ist, bei Mario hat sich jetzt auch zweimal die Fähigkeit aktiviert. So, euch machen wir mal schwach. Und ich treffe ja das, was ich treffen will. Ich konzentriere mich da auf Rosalina zu stärken. Ich bin eh gewappnet gegen dich. Aussturm. Aussturm. Wen hat der jetzt gerade alles runtergefegt? diese runde kann ich heute leider nicht stärken jetzt habe ich den schild da habe ich gerechnet immer über das ganze spiel fähigen ich verstehe schon so weg mit euch das problem wäre gelöst oder lina nehmen meine kraft 100 prozent rosalina helft und jetzt tun dass rosalina was macht muss ich da eventuell noch mal darauf angreifen ich hatte mir schon auf eine sequenz eingestellt ich glaube da muss ich noch mal drauf schlagen sondern auch mir da noch mal drauf ins gesicht ich muss das noch einmal machen ich dachte mit einem mal wer sie vernichtet er darauf konzentrieren rosalina zu busen als alles andere das war es mit revit luigi stehe ich schon wieder komplett am anderen ende der welt weg mit dir ich setze mal den cooldown zurück und setze hier die bomben kameraden kann leider nicht wirklich was machen bitte nicht wieder zurückschleudern danke was habe ich gerade gesagt doch gleich kann ich rosalina wieder angreifen lassen dann ist misere wahrscheinlich auch besiegt wahrscheinlich luigi ist leider dabei k.o. gegangen ist ja nicht weiter schlimm so feuer jetzt ist das überhaupt irgendwas nicht so auf mich als ob die misere so langsam mal sicher mal down bekämen wo ich den tun um misere anzugreifen ich kann doch daneben gehen das ist immer eine überraschung immer eine kraft und macht das misstück endlich weg belast es einfach mal bei 97 prozent vielleicht muss ich das so machen dass ich sie erst einmal auf 100 bringe und dann noch einen angriff hinterher setze kein schaden komm irgendwann muss doch böse ding doch mal endlich down gehen geht doch geht doch geht doch geht geht kaputt geht 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 es ist da unendlich es ist da unendlich geht geht es ist da unendlich geht es ist da unendlich geht geht die sparks danken euch dass ihr euch in gefahr gebracht habt um mich zu retten und das tue ich auch ich habe einst meine familie gesucht so wie du jetzt nach deinen suchst wenn du möchtest kannst du gerne bei mir und den sparks bleiben solange du willst auch für immer ja das will ich ich meine ich meine ja das wollte ich aber wie sich herausgestellt hat habe ich bereits eine familie sie ist komisch und geht mir manchmal auf den zeiger aber ich liebe sie und was ist mit dir hüter der sparks nun jetzt da misere weg ist werden sich meiner alten kumpel bestimmt eine andere aufgabe suchen ich denke ich bleibe noch eine weile bei diesen grünen schnee will mal sehen ob sie ich sie durchbringen kann lebe wohl mario deine güte dein mut und deine treue sind die grundlage für viele freundschaften auch für unsere und bowser ist es nicht toll zu sehen dass wir jedes problem lösen können wenn wir zusammenarbeiten ich glaube bowser ist trotzdem genervt ja leute damit haben wir offenbar die ist doch hier abgeschlossen war doch ein tolles spiel also ja äh es hat sich ein bisschen in die länge gezogen ich habe nicht alles gefunden und der ein oder andere modus ist ein bisschen äh grausam gewesen vor allem der letzte kampf hat sich irgendwie so ein bisschen gestreckt gefühlt aber ja ich mache das mal auf beschleunigen während ich hier quasi oh guck mal eine ubisoft herausforderung geschafft äh wir haben aber noch nicht komplett das spiel fertig bedenkt leute wir müssen immer noch das dlc spielen das werden wir fertig spielen die letzten planeten münzen lassen wir mal sie da wo sie sind kümmern wir uns jetzt nicht weiter drum ich fand es auf jeden fall toll dass rosalina uns beim letzten kampf geholfen hat misera war ein richtig krasser boss muss man gleich drei mal vernichten na gut muss man bei fast jedem speziellen boss außer bei der ein muskel mit husse bei der muss man es nicht ich finde die story auf jeden fall war richtig gut es ist ein bisschen schade dass es schon vorbei ist aber wie gesagt wir haben noch dlc vor uns es sind drei dlc geplant und eins ist bis zu dem zeitpunkt wo ich das hier gerade aufnehme draußen bei mir ist übrigens der part an der stelle eine stunde lang ich weiß nicht wie weit ich das runter cutte aber ja wir werden noch das dlc spielen das werden entweder noch zwei oder ein part und dann haben wir dieses spiel vorerst fertig im übrigen ihr habt ja durch ein vorheriges video gemerkt wo ich da was im voraus noch dazu geschnitten habe ich habe jetzt übrigens deswegen hier wer wird es ein bisschen durch gepusht dass es jetzt ein paar mal mehr kam einfach nur weil ich jetzt demnächst ein neues projekt noch anfangen und ich wollte nicht dass ich zu viele projekte habe ich wollte einfach dass eines der projekte gewinnen ist und es fertig war und wer wird zwar da halt einfach am nächsten das zu dem Zeitpunkt mal eben kurz das wollte ich mal eben kurz nochmal aufgeklärt haben falls der ein oder andere das nicht mitbekommen hatte die quellen gehen aber echt lang ich freue mich auf jeden fall noch auf das dlc laut online ist das maximal zwei stunden lang deswegen sage ich auch die ganze zeit dass es wahrscheinlich nur ein oder zwei videos werden ich fand das ein oder andere rätsel war übrigens meiner meinung nach zu einfach jedenfalls ich pack mich jetzt aus dem bild mute mich und lass euch die restlichen credits genießen wir sehen uns dann beim nächsten video wieder sofern jetzt nicht noch irgendwas kommt außer den credits ansonsten sage ich tschau und bis bald das ist es diese die Untertitelung. BR 2018 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 Meine Gefühle als solche sind irrelevant. Die Mission war erfolgreich. Das ist alles, was zählt. Jimmy, ich dachte, du hättest dich weiterentwickelt. Gelernt mit emotionalen Angelegenheiten umzugehen. Entspann dich, Bipo. Das war doch nur ein Scherz. Ein Witz, um für ein bisschen Heiterkeit zu sorgen. Ist das so? Nun, dann ist mein Coaching vielleicht doch nicht ganz umsonst gewesen. Ich bin stolz auf dich, Jimmy.